ja jo Leute und hier bin ich wieder Brickgiller 1000 und zwar in der Welt von Brickfoss ja wie ihr seht ähm ich hab die Shark 11 nur für 30 Tage leider, na ok was heißt leider ich hab's schon mal getestet der Rückstoß ist halt mega hoch ähm ja ich hab die Mapalt Atlantis gespielt und hab sie halt dabei gewonnen und ja ich find die diese Waffe hat drei Raketen und ähm halt wenig Muni aber dafür ist die Präzision auch mega gut also man kann sie nicht man kann ihr nichts vorwerfen der Präzision also der Rückstoß ist wirklich das das einzige was ich mangeln würde ja komm zwei auf einen ja in der Map Fortress hab ich noch nicht gesagt okay ähm das war ein typisches Selfkill tut mir leid das wollte ich nicht ähm wo bist du jetzt wo bist du jetzt so oh das ist ja blöd ich liebe den Raketenwerfer hab ich mich eigentlich schon vorgestellt wieder äh ne aber trotzdem also hier ist wieder Sasuke 532 habe ich glaube ich noch nicht gesagt oder? keine Ahnung ähm Jo und jetzt kommen wir zum Planlichen und zwar habe ich ja letzten letztes Mal gesagt ich werde jetzt den zweiten Account let's playen und wieso tue ich dann den erst Account let's playen ja das hat einen einfachen Grund oh sorry ähm es hat einen Grund und zwar ähm werde ich so bin wieder da tut mir leid ich habe nämlich gerade ein paar Probleme okay merke ich gerade zwar nicht aber kann schon sein Sasuke Alter der steht mir voll im Weg gut ähm ich kann zu der Waffe sagen weißt du was ich für eine Waffe hab? äh die ist saura aus genau Alter die ist so heftig ja ähm die Präzision ist nicht gut scheiß gut headlitschen also noch 16 Liff ne aber wenn man still stehen bleibt dann ist sie ganz ordentlich ja wenn man still stehen bleibt dann passt das schon warte kurz oh der steht mir voll im Weg na komm voll gesteilt okay ich hörte mir leid aber ich muss jetzt mal ein bisschen aufpowern hier tut mir leid dass ich jetzt meine Premium Waffen nehme dann äh hä 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 wie bist du da oben rauf gekommen hä hä mann nicht nein übel ist gegen nein ich treffe dich nicht okay ich mache ich mache mal jetzt so ich bin die ganze Zeit so auf okay auf was auf und ich spiele die ganze Zeit so als ich okay ja ja klar ich bin voll der Noob von hinten na klar guck mal guck mal mein alter guck mal meine Tode an und dann meine Chaos Hallo ich bin ein Noob und ich heiße okay das ist schon ein bisschen ordentlich sag ich jetzt mal okay jetzt bin ich ein richtiger Pro okay ich bin alleine jetzt nicht mehr doch ich bin immer noch alleine du auch ich bin aber bei dir ich bin bei dir ich bin bei dir ich bin bei hast du mehr Geld faut es nicht mehr die ich bin in versiegen Hacker 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 Nein J ion Jens da musst du auch sehr guterjektiv sein ne auch fast knapp die Orte ist richtig gut die Waffe die du hast na ja okay geht schon Prozent dann war er prämen ja an der Eure Eure Dein Partner hat Köln ich sehe ich hätte jetzt gut ausreden hier kommt ja neben mich der stand doch drüben wer schreibt mir die ganze Zeit das mag ich ja gar nicht ich hab's kapiert muss ich mir nicht noch mal sagen ach man ich hab noch mal volles Liff und aus dem ist deine Spider abgegradet ne na und mein Problem die ist nicht gut also die Feuerrate kann man schon was ist mit der die ist nicht gut wie jetzt meine Feuerrate meine ich glaube vollgesteilt ey der die von der Shark 11 die Feuerrate ist nicht gut nicht nein nicht Alter mein Partner stilte mir die ganze Zeit dein Partner auch nicht gut gut mann ich der also Shark 11 nicht so mein Typ nicht so mein Typ nicht so mein Typ nein nein also wo bist du jetzt made in Germany made in Germany was was wie hast du mich bekommen was so naja ich bin mit Granaten wie sonst oh mann ich muss hier ab zum ersten Teil ein fetter Rückstoß und zum zweiten Teil Feuerrate also ähm jo also ich hasse ich hasse die Shark 11 ähm oft werde ich sie nicht mehr benutzen weil es ist einfach so man läuft mit der mega langsam Rückstoß ist mega hoch und naja gibt's so viel zum bezweifeln ich mag die Shark 11 ich hab dich schon angeschlagen und du bist tot ja ok ja ich hab mir die Spider auch gekauft das ähm ist cool finde ich ok ich muss ein wenig auf mein Umfeld achten ah du bist ein du bist ein du bist ein du bist ein Held 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 ich hasse ich hasse von ganzem Herzen die Shark 11 Held du Humor Fürst ne ne Also nichts gegen den Support oder irgendwie sowas, aber da hättet ihr euch schon was Besseres einfallen lassen können. Ah, Raketenwerfer ist nicht so sehr was, was die Community eigentlich braucht. Ey, der stealt mir! Just, 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 just. Ich hasse, ich hasse deinen Partner, ich hasse, ich hasse die Schale, ich hasse diese... Skill, ja. Äh, ich hab's, Skill. Oh, alles knapp. Bäm. Gut, ähm, ja, meine KD ist schrecklich. Meines besser. Hä? Meines besser. Ja, auch nur, weil du deinen besseren Partner hast. Und, ähm, bessere Waffe. Ich muss ja diese Waffe nehmen, weil, wegen meinen Zuschauern. So, ähm, ja. Ich sag euch nur, liebe Zuschauer, wenn ihr eine Waffe kauft, kauft ihr euch niemals die Shark 11. Weil, das ist eine richtig miese Waffe. Irgendwie ist es vielleicht geworden, dich zu killen. Ja, aber auch... In den letzten, äh, in den letzten fünf Sekunden mach ich Selbstmord. Ja, oder und dich killen. Und Selbstmord. Ja, ich... Ich kann jetzt dafür, dass ich ein bisschen schlechter bin. Das ist die Shark 11. Ja, ähm, und dann war's das, glaub ich, auch schon. Und dann, Shark, ich mal bis zum nächsten Mal wieder bei Let's Play Breakfast und Sasuke 532 hat das letzte Wort. Und tschüss! Bis zum nächsten Mal wieder bei Let's Play Breakfast und Sasuke 532 hat das letzte Wort.